Indigo und Jade von Britta Strauß aus dem Drachenmond Verlag 1. Orchideenstaub, Alsara Der Tag, vor dem Alsara sich so lange gefürchtet hatte, war gekommen. Heute Abend galt es, Abschied zu nehmen. Und der Schmerz über seinen Verlust war grenzenlos. Das Portal zu öffnen, hatte ihr viel Kraft geraubt, vielleicht zu viel. Zwei Welten miteinander zu verbinden und den dünnen, unsichtbaren Pfad zwischen ihnen aufrecht zu erhalten, verlangte Körper und Seele alles ab. Früher war es einfach gewesen. Aber das Alter nagte an ihren Knochen, machte sie allmählich blind und gab ihr das Gefühl, jeder Herzschlag sei ein weiterer Schritt auf den Abgrund des Todes zu. Als Saras Finger zitterten heftiger als sonst, als sie die Erdknollen zerschnitt. Sie wusste, dass Indigo ihre Einladung zum Essen abweisen würde. Er würde ihre letzte Begegnung kurz halten, sie wahrscheinlich nicht einmal mehr küssen oder in den Arm nehmen. Trotzdem kochte sie den Eintopf, den er so sehr mochte. Ein letztes Mal würde sie das Portal öffnen und dabei zusehen, wie er hindurchschritt. Dann war es vorbei. Für den Rest aller Zeiten. Nur einmal noch. Als Saras erwischte sich mit dem Ärmel ihrer Bluse eine Träne von der Wange, warf die kleine geschnittenen Knollen in den Kessel und nahm den Kochlöffel von der Wand, um die Suppe umzurühren. Der Duft nach Kräutern, Speck und frischgebackenen Honigkeksen erfüllte die Hütte, aber Hunger verspürte sie seit mehreren Tagen nicht mehr. Heute endete also alles. Was für ein unfassbarer Gedanke. Jahrtausende lang hatte Indigos Volk als rechte Hand jedes menschlichen Herrschers gedient. Fünf Atlanter für fünf Reiche und fünf Könige. Die Welt würde bluten, wenn sie nicht mehr über die Ernennung der Herrscher und deren Entscheidungen wachten. Als Saras gab der Menschenwelt eine Handvoll Monate, eher das alte Blutvergießen und die alten Feindschaften wieder aufleben würden. Die Weisen von Atlantis ließen ein Volk zurück, das Generationen um Generationen dieselben Fehler begingen und es bis zum heutigen Tage nicht geschafft hatte, daraus zu lernen. War es ein Wunder, dass selbst die geduldigsten und weisesten aller Geschöpfe irgendwann aufgaben? Als Alsara spürte, wie der Wald den Atem anhielt, wusste sie, dass er zu ihr kam. Es sah ihm ähnlich, dass er seine Reise allein antrat. Einen Tag nach seinen Gefährten. Ihr schweigsamer, nachdenklicher Indigo. Ihr Herzschlag. Ihr Atem. Ihre Liebe. Als Alsara sprach sich selbst Mut zu, legte den Löffel beiseite und öffnete die Tür. Selbst im Sonnenlicht lag der Abschied. Die Wehmut, das Spätsommers lag darin, die Erinnerung an laue Nächte und an Blütenduft, an Vergänglichkeit und Sehnsucht. So viel Sehnsucht. Indigos unverwechselbare Gestalt trat durch die Strahlen, die die tiefstehende Abendsonne durch moosbezogene Baumstämme warf. Lautlos und schattenhaft bewegte er sich, wie ein Geschöpf aus einem Traum, das halb Geist und halb Wirklichkeit war. Niemals hörte man einen Laut, niemals hinterließ er eine Spur. Wie besessen hatte sie als junges Mädchen versucht, es ihm gleich zu tun, aber ihr menschlicher Körper gab solche Bewegungen nicht her. Irgendetwas raschelte oder knackte immer. Als Alsaras Seele schmerzte, als bei seinem Anblick all die Erinnerungen hervorkamen. Unzählige Male hatte sie ihn dabei beobachtet, wie er aus dem grünen Licht des Waldes trat, die Lichtung überquerte und zu ihrer Hütte schritt. Unzählige Male hatte ihr Herz aufgeregt geklopft, sobald der Wald ihr gesagt hatte, dass er auf dem Weg zu ihr war. Hör auf, du bist alt geworden. Dein Leben ist verwirkt. Lass ihm sein Schicksal und nimm deines hin. Wie seine Gefährten zuvor trug er einen schlichten, steingrauen Reisemantel, dessen Kapuze sein Gesicht verbarg, einen Bogen und einen Köcher voller Pfeile. An Indigos Seite trottete Ischmer. Das einzige Geschöpf, dem es erlaubt war, sein ständiger Begleiter zu sein. Als die Opalfüchsin sie in der Tür stehen sah, kam das Tier leichtfüßig herbeigetrabt, strich um ihre Beine und gab leise zwitschernde Geräusche von sich, die mehr an einen Vogel als an ein Raubtier erinnerten. Alsara musste sich nicht bücken, um Ischmers Kopf zu streicheln. Die Füchsin war weit größer als ihre gewöhnlichen Verwandten und konnte ihre Schnauze, wenn sie sich ordentlich streckte, auf der Schulter eines Menschen ablegen. Mit einem Lächeln erinnerte sie sich daran, wie sie als Mädchen einmal auf der Füchsin geritten war. Es hatte Ischmer nicht die geringsten Schwierigkeiten bereitet, sie einmal quer durch den Wald und zurückzutragen. Herrlich schillerte das seidige Fell im Sonnenschein. An Kaleidoskop aus allen grün-blau- und violett-Tönen, die man sich vorstellen konnte. Alsara grub ihre Finger tief hinein und wappnete sich gegen das, was ihr bevorstand. Ischmer hat dich vermisst, hörte sie seine leise Stimme sagen, genauso wie ich. Tut mir leid, dass ich so lange nicht bei dir gewesen bin. Unsere Entscheidung hat viel böses Blut nach sich gezogen. Das stimmte. Sie wagte es lange nicht zu Indigo aufzublicken, aber was half es? Es führte kein Weg am Abschied vorbei. Nächte lang hatte sie vor Wut und Schmerz geweint. Jetzt waren beide Gefühle dumpf geworden. Als sie endlich aufblickte, die Finger noch immer im Nackenfell der Füchsin vergraben, stach der Blick seiner Augen tief in ihr Herz. Es tat immer weh, ihn anzusehen. Aber heute war es unerträglich. Möchtest du etwas essen, ehe du gehst? Ihre Frage klang ganz beiläufig, so als wäre das hier ein ganz normaler Tag und ein ganz normaler Besuch. Ich habe deinen Lieblingseintopf gekocht und Honigkekse gebacken. Indigo streifte die Kapuze ab und schüttelte den Kopf. Ein letzter Strahl Sonnenlicht brachte das warme Grüngold seiner Augen zum Leuchten und ließ seine sonst rabenschwarzen Locken in jener Farbe schimmern, die ihm ihren Namen geliehen hatte. Tiefes, geheimnisvolles Indigo. Dann komm wenigstens noch einmal in mein Haus, bat Alsara. Zieh dich noch einmal um. Erinnere dich, ich möchte, dass du... Nein. Sanft griff er nach ihrer Hand. Seine Haut war warm und zart. Viel zarter als die eines menschlichen Mannes. Und doch wirkte nichts an ihm schwach. Sie wusste, wie mühelos er töten konnte. Wie jämmerlich stets jeder Versuch eines Feindes gewesen war, ihm etwas entgegenzusetzen. Ich will es nicht noch schwerer machen. Als Alsara schnaubte. Es kann nicht noch schwerer werden, aber mach dir um mich keine Sorgen. Der Fluss der Zeit hat mir Frieden geschenkt. Ich mag den Gedanken, dass der lange Schlaf nicht mehr fern ist. Du warst wütend, stellte er ruhig fest. Ja, das war ich. Ich verstehe, warum. Aber die Entscheidung lag nicht in meiner Hand als Alsara. Oh, wie sie es liebte, wenn er ihren Namen aussprach. So weich und liebevoll, unvollstellbar, dass sie es nach diesem Tag nie wieder hören würde. Wärst du denn geblieben? Ihre Kehle schmerzte. Gleich würde sie weinen. Gleich würde sie sich schluchzend an ihn werfen und darum betteln, dass er sie nicht verließ. So sehr hatte sie sich gewünscht, dass es sein Gesicht sein würde, das sie beim letzten Atemzug begleitete. Seine Hand sollte es sein, die sie hielt, die sie tröstete, wenn ihr irdisches Leben endete. Aber dieser Traum war gestorben. Ja, raunte Indigo mit abwesendem Blick. Nicht um der Menschen willen, sondern für dich. Aber es ist unmöglich. Er schloss die Augen. Alsara starrte auf die Schließe, die seinen Mantel zusammenhielt, um nicht in sein Gesicht sehen zu müssen. Winzige, atlantische Schriftzeichen waren in das Mondsilber eingeritzt. Jedes Einzelne kannte sie auswendig. Seine Form, seine Bedeutung, seine Geschichte. Ich weiß, sagte sie dann. Das Portal verschwindet, so wie es das immer tut, wenn der blaue Vollmond vergeht. Und steht er das nächste Mal am Himmel, werde ich nicht mehr sein. Niemand kann mehr die Welt verbinden. Du wärst gefangen, für immer und ewig. Indigo lächelte. Aber es war ein Lächeln voller Traurigkeit. Der laue Wind roch nach der schwindenden Süße des Sommers. Er fasste sein Haar und wehte es ihm ins Gesicht. Indigo blau über Elfenbein. Fast hätte sie laut aufgeschlurst. Sie sah ihn an, prägte sich jedes Detail ein, brannte seinen Anblick in ihre Erinnerung ein. Mit zwölf Jahren, am Tag ihrer Weihung zur Hüterin des Portals, hatte sie ihn zum ersten Mal gesehen und sich unsterblich verliebt. Jetzt, 72 Jahre später, erschien Alsara die seitdem verstrichene Zeit kurz wie ein Wimpernschlag. Mein Geschlecht stirbt mit mir aus, krächzte sie tränen erstickt. Niemand wird mir das Portal öffnen können. Indigos Daumen strich sanft über ihr Handgelenk, so unerträglich sanft. Ihr hielt den Blick gesenkt und ein egoistischer Teil in ihr hoffte, dass er es tat, weil auch er den Schmerz kaum ertrug. Ich weiß, und es wird auch nie mehr ein Atlanter einen Fuß in eure Welt setzen. Das Portal bleibt verschlossen. Für immer. Haben wir euch so sehr enttäuscht? Er seufzte. Der wunderschöne Spiegel seiner Augen wurde dunkel. Es endet immer gleich, Alsara. Wir haben alles versucht, aber jedes Mal nimmt das Schicksal den gleichen Weg. Fast wäre einer von uns gestorben. Man hat ihnen Ketten gelegt, als er am schwächsten war, und ihm Zunge und Hände abgeschnitten, damit er keine Magie mehr wirken kann. Und warum? Weil er den alten König um seiner Grausamkeit wegen abgesetzt und einem armen Bauernburschen zur Macht verholfen hat. Das war die Grenze, die die Menschen niemals hätten überschreiten dürfen. Ja, flüsterte sie. Wir leiden an vielen Krankheiten. Unser schlimmstes Siegtum ist die Habgier. Du musst mir nichts erklären. Trotzdem wünschte ich, ihr hättet uns nicht aufgegeben. Wir haben alles versucht. Ich weiß, wird man deinen Gefährten heilen können? In meiner Welt schon. Jetzt ergriff er auch ihre andere Hand, hielt beide fest umschlossen und blickte ihr tief in die Augen. Wenn ich nur könnte, würde ich bei dir bleiben, Alsara, bis zu deinem letzten Atemzug. Nie war ich glücklicher als in deiner windschiefen Waldhütte. Mit all dem Staub, den Spinnen, dem Wind im Strohdach und deinen Eintöpfen. Bei dir fühle ich mich lebendig. Ich fühle mich glücklich. Aber hier zu bleiben, würde bedeuten, meine Heimat für immer aufzugeben. Das Portal kehrt wieder, so wie es immer wieder kehrt. Aber es gibt niemanden mehr, der es für mich öffnet. Sie lehnte ihre Stirn gegen seine und atmete den frischen, klaren Duft seiner Haut ein. Er erinnerte sie an Winter, an fallenden Schnee und kalte, funkelnde Sterne. Ich weiß, Indigo, ich weiß. Geh in deine Welt, lebe dein Leben. Hier wärst du nur in Gefahr. Königin Yamashree wird dich niemals freiwillig ziehen lassen. Sie wird dich um jeden Preis zurückholen wollen. Ohne dich ist sie nur ein gewöhnlicher Mensch. Indigo nahm sie in die Arme und zog sie unverhofft an sich. Ganz fest fielte sie umfangen, Körper an Körper. Alsara glaubte, vor Qual zerspringen zu müssen. Lange standen sie so da. Regtlos, starr vor Verzweiflung und doch unsagbar glücklich in ihrer eigenen kleinen Welt, in der für einen Augenblick die Zeit stillstand. Sie war eine gute Seele, flüsterte er irgendwann ganz dicht an ihrem Ohr. Ein Mädchen mit Träumen und Hoffnung. Aber kaum stieg ihr die Macht zu Kopf, ging sie den Weg, den alle vor ihr gegangen sind. Es scheint unausweichlich zu sein. Alsara sagte nichts, was hätte sie auch erwidern sollen? Arm in Arm wiegten sie sich in der tiefer werdenden Dämmerung, umschlossen von der zerbrechlichen Hülle ihres Schweigens und dem Willen, jeden Herzschlag bis ins Endlose zu verlängern. Könnte die Zeit doch nur stillstehen. Könnte der Lauf der Gestirne doch für diesen winzigen Fleck Erde nicht mehr gelten, sodass sie auf ewig hier stehen würden. Aber der Moment, in dem Indigo ihre Umarmung löste, kam mit all seiner Endgültigkeit. Er trat einen Schritt zurück, wandte sich um und blickte in die Finsternis des Waldes hinein, die sich wie eine Kathedrale um sie herum erhob. Ischmer spitzte die Ohren. Ein Knurren grollte in ihrem Brustkorb. Was ist? fragte Alsara. Du hattest recht. Indigo kniff die Augen zusammen. Yamashree lässt mich nicht ziehen. Woher kennt sie den Weg durch den Nebel? Es ist ein streng gehütetes Geheimnis. Sie hat die letzte Grenze überschritten, zischte er mit Abscheu in der Stimme. An ihren Händen klebt Blut. Du glaubst, sie hat... Es einer Kimantaro-Priesterin mit Gewalt entrissen. Ja. Er spannte sich an, als Yamashree auf einen prächtigen Schimmel aus der Dunkelheit ritt. Wie konnte diese dumme Frau nur glauben, Indigo aufhalten zu können? Die in Lumpen gehüllte Greisin, die neben der Königin auf einem Maultier dahergeritten kam und aus dem letzten Lochpfiff, hatte Alsara noch nie zuvor gesehen. Was sollte das? Warum kam Yamashree in Begleitung einer alten Vettel, anstatt sich mit Jägern und Kriegern zu umgeben? Hoffte sie etwa, auf diese Weise Indigos Mitleid zu erregen? Und tatsächlich, die mächtigste Frau des Reiches sah verzweifelt aus. Fremd wirkte ihr prächtiges weißes Reitgewand vor der Kulisse des wild wuchernden Waldes. Ihr Umhang bauschte sich wie eine Gewitterwolke, als sie vom Pferd sprang und auf Indigo zulief. Zitternd blieb sie vor ihm stehen, holte tief Luft und ballte ihre winzigen Fäuste. So aufgewühlt war die Königin, dass sie eine ganze Weile nur unverständliches Zeug schluchzte. Yamashree war eine beeindruckende Frau, das musste Alsara zugeben. Sie war jung, schön und mächtig. Aber alle drei Vorzüge beruhten allein auf atlantischer Macht, auf Indigos Willen. Ein paar geflüsterte Worte, eine beiläufige Handbewegung und er hätte sie ebenso gut zu Asche verbrennen können. Japsend plumpste die Vettel von ihrem Maultier, zockelte neben ihrer Herren und nahm mit gesenktem Kopf Haltung an, als sei es ihr Schicksal, die Königin als Schatten zu dienen. Du wirst nicht gehen, presste Yamashree schließlich hervor. Dabei wirkte sie nicht wie eine Herrscherin, sondern wie ein verwöhntes Kind, dem zum ersten Mal seinen Wille verweigert wurde. »Behast du darauf, werde ich dich zwingen, hier zu bleiben!« Als Sarah erwartete Indigo lachen zu hören, doch er lächelte nur matt. »Ich gehe, und du kannst nichts daran ändern!« Yamashrees Augen weiteten sich. Vor Empörung stand ihr der Mund offen. Doch sie zwang ihren Zorn nieder, ließ ihre Züge weich werden und gab ihrer Stimme einen lockenden, säuselnden Schmelz. »Wir wären vollkommen, Indigo. Alle Herrscher unseres Landes sind fortan ohne ihre rechte Hand. Sie alle sind nur noch gewöhnliche Menschen. Bleibe bei mir, und wir werden dieser Welt das Licht schenken. Viele Könige bedeuten viele Kriege. Sie kämpfen ohne Unterlass, um ihre Grenzen zu erweitern und ihre Schatztruhen zu füllen. Aber wenn wir beide uns über sie erheben, wird endlich Frieden einkehren. Es gebe nur noch eine Königin, ein Reich, ein Ziel.« Sie legte eine Hand auf Indigos Brust und lächelte verführerisch. »Ist es nicht das, was du immer wolltest? Ein vereintes Reich, das keine Kriege mehr nötig hat, weil es keine Grenzen mehr gibt. Mit dir an meiner Seite wäre ich eine Königin, die diese Welt in eine Ära aus Glanz und Wohlstand führt. Aber wenn du gehst, wird alles, was du liebgewonnen hast, bald nur noch blutige Asche sein.« Indigos Lächeln gefror. »Versuchst du gerade, mich zu erpressen?« Yamashree trat von einem Bein auf das andere und warf der Greisin, die nach wie vor mit gesenktem Kopf dastand, einen Blick zu. Der Königin war klar, auf welch dünnem Eis sie sich bewegte. Umso erstaunter war Azara, als diese dumme Frau sich noch weiter vorwagte. »Ja. Vielleicht tue ich das. Ich bin nicht dumm. Und ich gebe das, was ich einmal gewonnen habe, nicht so schnell auf.« Indigo sah sie an, wie man ein ungehorsames Kind ansehen würde. Ein wenig mitleidig, ein wenig enttäuscht. Derweil hob die Greisin einen Arm, drehte ihre Handfläche in Richtung des Portals und schloss die Augen. Warum tat sie das? Spürte sie die Energie? Oder hatte die Geste etwas anderes zu bedeuten? Auch Menschen konnten über Zauberkräfte verfügen, aber auch nur, wenn die Atlanter ihre Gefäße schenkten, die mit Magie gefüllt waren. Azara sah bei der Vettel weder einen Stab noch ein Medaillon, nicht einmal ein Ring steckte an ihren Fingern. Abgesehen davon war menschlicher Zauber nicht ansatzweise stark genug, um einer so gewaltigen Energie wie der des Portals zu schaden. Indigo schienen ähnliche Gedanken zu kommen. Er nahm das Tun der Alten mit gerunzelter Stirn zur Kenntnis, schien aber nicht weiter beunruhigt. Ich gehe, beharrte er, wandte sich um und schritt auf das Portal zu. Ischmer folgte ihm dicht auf, drehte der Königin demonstrativ das Hinterteil zu und verabschiedete sich mit einem spöttischen Wedeln ihres Schweifes. Alsara schluckte schwer. Für gewöhnliche Augen unsichtbar flimmerte die Grenze zweier Welten in dem schmalen Spalt zwischen zwei zusammengewachsenen Mokai-Bäumen. So endete es also. Öffne es, Alsara, ein letztes Mal. Es erstaunte sie, dass sie keinen Atemzug lang zögerte. Wie von selbst setzte sich ihr Körper in Bewegung und trat an Indigos Seite. Wie von selbst streckte sie ihre Hand nach der Fläche warmer, flimmernder Luft aus. Doch in dem Augenblick, in dem die Energie der Weltenhaut ihre Fingerspitzen berührte, erklang ein furchtbarer Schrei. Das war der Anfang aus Indigo und Jade von Britta Strauß aus dem Drachenmond Verlag. Und wieder мол appreh predictions auf auf unsere Fingerspitzen ber быстр,ать weiter. Öffne es, als gifted. Und Unit mitlict hemispheres im K allows ihrer Fingerspitzen berühren. Aber es ist ein kleines Grunde genommen.